Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Sparing Investment Academy. Unser Podcast über die BaFin-Lizenzierungspflicht hat ja vor drei Wochen ziemlich heftige Wellen geschlagen. Kurz zusammengefasst ist es in Deutschland nur möglich als privater Trader Fremdkapitalhandel zu betreiben, wenn vom Fremdkapitalgeber vertraglich garantiert wird, dass man während der gesamten Zeit im Funded-Konto nur ein Demokonto handelt. Es ist in Ordnung, wenn die PropTrading-Gesellschaft euer Demokonto als Signalgeberkonto nutzt und eure Trades auf eigenen Konten spiegelt. Sobald ihr allerdings einen echten PropTrading-Vertrag unterschreibt und Zugriff auf ein Echtgeldkonto habt, welches ihr verwaltet und ihr handelt, benötigt ihr eine BaFin-Lizenz und die bekommt ihr schlicht und ergreifend nicht. Daraufhin gab es natürlich Dutzende Rückfragen von euch, zu welchem Fremdkapitalgeber man als Deutscher denn nun überhaupt noch gehen kann. Bevor wir uns dieser Frage widmen, klären wir erst noch mal kurz, für wen dieser Fremdkapitalhandel eigentlich etwas ist und für wen nicht. Für wen ist Fremdkapitalhandel interessant? Wer sich für Daytrading interessiert, der wird früher oder später auf das Thema Fremdkapitalhandel stoßen. Das Prinzip ist, sich über eine Prüfung, die sogenannte Combine, bei einem Fremdkapitalgeber zu bewerben. Diese Prüfung kostet eine Gebühr. Je größer das Konto sein soll, auf welches man sich bewirbt, desto höher ist diese Gebühr. Die Regeln der Fremdkapitalgeber sind in der Regel sehr streng und nicht wenige finanzieren sich allein durch die Prüfungsgebühren, da hier natürlich die meisten privaten Retail-Trader reihenweise durchrasseln. Daran ist aus unserer Sicht auch nichts Verwerfliches, denn es wird ja niemand dazu gezwungen, so eine Combine zu starten. Schafft man es aber, so wird man vom Fremdkapitalgeber mit einem Funded Konto ausgestattet und kann mit dem Trading beginnen. Die Gewinne werden nach unterschiedlichen Splits zwischen Prop Trading Gesellschaft und dem Trader aufgeteilt. Versteuert wird das Ganze in Deutschland über die Einkommenssteuer. Es muss also ein Gewerbe angemeldet werden, wobei hier strengstens auf die Bezeichnung des Gewerbes geachtet werden muss. Diesen Punkt müsst ihr unbedingt mit eurem Steuerberater und am besten direkt der jeweiligen Handelskammer für euch klären. Ihr seid dadurch natürlich gegenüber dem Eigenkapital-Trader im Nachteil, da ihr eure Gewinner höher versteuern müsst und auch noch einen Teil an die Fremdkapitalgesellschaft abgebt, habt dafür aber absolut kein eigenes Risiko. Wenn ihr euer komplettes Kapital verliert, ist das Funded Konto natürlich futsch, ihr habt aber, abgesehen von der Combine-Gebühr, kein eigenes Geld verloren. Das Risiko übernimmt die Fremdkapitalgesellschaft. Das Konzept ist also zum einen für Leute interessant, die bereits gute Trading-Fähigkeiten haben, allerdings kein größeres Konto mitbringen und sich dieses stückweise aufbauen wollen. Zum anderen können Fremdkapitalkonten aber auch gut dazu genutzt werden, um Erfahrungen mit dem Echtgeldhandel zu sammeln, ohne direkt sein eigenes Kapital riskieren zu müssen. Ich empfehle eigentlich jedem meiner Kunden, unabhängig davon, ob er mit einem 10.000 Dollar Konto oder einem 500.000 Dollar Konto startet, erstmal so eine Prüfung zu bestehen und zumindest eine Weile Fremdkapital zu handeln, bevor man sich dann an den Eigenkapitalhandel wagt. Kommen wir nun zu der großen Frage, zu welchem Fremdkapitalgeber kann ich gehen? Erst einmal vorweg, wir hatten in den letzten Wochen Kontakt zu vielen verschiedenen Fremdkapitalgesellschaften in Europa und den USA. Einige haben sich für das Thema Kunden in Deutschland überhaupt nicht interessiert. Wiederum andere haben uns direkt an ihre Prop Trading-Banken im Hintergrund verwiesen und diese wiederum haben mit dem Thema BaFin nur um den heißen Brei herumgeredet, ohne konkrete Aussagen zu treffen. Trotzdem müssen wir natürlich ganz klar sagen, die Liste der drei Gesellschaften, die wir euch gleich nennen werden, hat natürlich absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin mir sicher, dass es darüber hinaus noch zahlreiche weitere Anbieter gibt, die BaFin-konforme Verträge anbieten. Ich hoffe aber, ihr habt Verständnis, dass wir nicht alle Fremdkapitalanbieter der Welt anschreiben konnten. Wir haben uns auf Firmen beschränkt, die wir kennen und von denen wir wissen, dass sie seriös sind und man guten Gewissens zu ihnen gehen kann. Noch ein ganz wichtiger Punkt, ich werde von keiner dieser Firmen für dieses Video bezahlt oder erhalte sonstige Benefits von ihnen. Wir werden in Zukunft mit einer dieser Gesellschaften enger kooperieren, dazu später mehr. Dennoch handelt es sich bei diesem Video um eine völlig unabhängige Recherche. Außerdem muss ich an dieser Stelle klarstellen, dass wir weder Anwalt noch Steuerberater ersetzen können. Alle Aussagen, die wir treffen, sind keine Rechtsberatung, sondern lediglich Hinweise und eigene Erfahrungen. Sollte das Thema für euch relevant sein, dann müsst ihr euch unbedingt um eure eigene rechtliche Absicherung und Beratung durch einen Steuerberater und oder Anwalt kümmern. Kommen wir zum ersten Anbieter und das ist Lilu. Mit Lilu arbeite ich selbst schon viele Jahre und kenne einige Kollegen, die ihren kompletten Lebensunterhalt über den Fremdkapitalhandel bei Lilu bestreiten. Das Unternehmen sitzt in den USA und hat leider keinen deutschsprachigen Support. Für die BaFin-Thematik hat sich der CEO Chris freundlicherweise persönlich Zeit für die Korrespondenz mit mir genommen und sogar angeboten für eine Q&A-Runde zu uns auf den YouTube-Channel zu kommen. In Lilus Verträgen ist festgehalten, dass der Trader durchweg nur auf einem Live-SIM, also einem Funded-Demo-Konto handelt. Sieht die Firma, dass ihr euch über einen langen Zeitraum gut schlagt, so wird euch ein echter Prop-Trading-Vertrag angeboten. Dieses Angebot dürft und müsst ihr sogar ablehnen, da ihr sonst in die Lizenzierungspflicht rutschen würdet. Lehnt ihr also ab, so könnt ihr laut Chris weiterhin auf eurem Funded-Demo-Konto handeln und Lilu spiegelt eure Trades auf ihren eigenen Echtgeldkonten. Wir empfehlen euch hier regelmäßig auf die guten Deals zu warten, die Lilu über ihren Instagram- und YouTube-Kanal fast monatlich herausgeben. Außerdem solltet ihr die einmaligen Bundles im Blick haben. Ihr zahlt hier eine einmalig etwas höhere Combine-Gebühr, erhaltet dann aber direkt ein Fünfer-Paket kombinen konnten. Ihr habt also gleich fünf Versuche, die Prüfung zu schaffen und somit eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen. Die Regeln beschränken sich lediglich auf das Erreichen des Targets bei gleichzeitiger Vermeidung des Trailing-Drawdowns. Zehn Tage müsst ihr dabei mindestens traden, wobei es theoretisch ausreicht, wenn ihr am ersten Tag das Ziel erreicht und danach nur noch Trades mit Mikrokontrakten eröffnet und wieder schließt, da es eben keine Consistency-Regeln mehr gibt. Ein toller Anbieter also, gerade für Anfänger. Sehr günstige Gebühren bei maximal geringen Regeln. Für etwas über 30 Dollar im Monat könnt ihr euch zusätzlich Rhythmic Level 2 Marktdaten inklusive MBO abonnieren. Seid ihr erst mal im Funded-Konto, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr für das Konto eine monatliche Gebühr von knapp 90 Dollar oder eine einmalige Gebühr von 250 Dollar zahlt. Mit Lilo haben wir dauerhaft gute Erfahrungen gemacht und können den Anbieter bislang uneingeschränkt empfehlen. Anbieter Nummer 2 ist Apex. Bei Apex hatte ich mit der lieben Marion Kontakt, eine von drei deutschsprachigen Support-MitarbeiterInnen. Marion war sehr an einer guten Lösung der BaFin-Problematik interessiert und die Kommunikation mit ihr hat wirklich Spaß gemacht. Obwohl das Unternehmen in Texas sitzt, habt ihr hier also einen nativen deutschen Support, was sehr viel Wert ist. Apex ist eine noch relativ junge Fremdkapitalgesellschaft, hat sich aber bereits einen guten Ruf erarbeitet. Ähnlich wie Lilo kann man hier regelmäßige Rabattaktionen in Anspruch nehmen, bei denen ihr bis zu 80 Prozent auf die Combine-Gebühren sparen könnt. Auch hier würden wir euch empfehlen, dem Instagram-Channel Apex Trader Funding zu folgen, wo solche Aktionen angekündigt werden. Aktuell läuft beispielsweise wieder so ein 80 Prozent Lifetime-Angebot. Kompromisse müssen wir hier allerdings gegenüber Lilo beim Vertrag eingehen. Es wird dem deutschen Trader ebenfalls garantiert, lediglich auf einem Funded-Demo-Konto zu traden. Nach einer gewissen Zeit, in der Apex die Profitabilität eines Traders feststellt, wird den Kunden auch hier ein Prop-Trading-Vertrag angeboten, den wir in Deutschland natürlich ablehnen müssen. Apex zahlt euch nun eure akkumulierten Gewinne aus und ihr seid dann für drei Monate gesperrt. Nach etwa drei Monaten dürft ihr euch dann wieder bei der Firma bewerben. Das ist natürlich nicht so ideal, auf der anderen Seite steht natürlich als großer Vorteil der deutsche Support. Wir werden in Zukunft weiterhin in engem Austausch mit Apex und vor allem natürlich mit Marion sein. Sollte sich hier nochmal etwas an den Vertragsbedingungen ändern, dann werden wir euch das selbstverständlich mitteilen. Unser letzter Anbieter ist The Trading Pit. Zu The Trading Pit haben wir in den letzten Wochen angeregt durch das BaFin-Thema sehr eng und wirklich netten Kontakt aufgenommen. Auch wenn es mir persönlich offen gesagt etwas bitter aufschlöst, dass hier mit Trading Coaches kooperiert wird, die in ihrer Kompetenz mehr als fragwürdig sind, hat das Unternehmen doch eine großartige Philosophie und einen völlig anderen Ansatz als die restlichen Fremdkapitalgesellschaften. Während es ein offenes Geheimnis ist, dass die meisten sich durch die Combine-Gebühren finanzieren und damit ein Vermögen verdienen, ist es das Ziel von The Trading Pit wirklich auf lange Sicht mit profitablen Tradern zusammenzuarbeiten und den größten Teil ihrer Gewinne aus deren Erfolg zu schöpfen. Das ist aller Ehren wert. Die Gründer des Unternehmens sind allesamt Deutsche. Das Unternehmen selbst hat seinen Hauptsitz in Lichtenstein mit mehreren Zweigstellen in anderen Ländern. Hier haben wir also den großen Vorteil eines in Zentraleuropa sitzenden Anbieters mit vollem deutschen Support und absolut auf die Regularien der BaFin abgestimmten Verträgen. Was zunächst etwas bitter aufstößt, sind die teuren Combines und die niedrigeren Splits. Während ich bei den anderen Anbietern bis zu 90% meiner Gewinne behalten darf, sind es bei The Trading Pit lediglich 50-70%. Auch die Preise wirken zunächst happig, aber im Preis sind Level-2-Marktdaten inklusive MBO inkludiert. Zudem gibt es ein ganzes Paket an Software, welche sonst allein ein monatliches Vermögen kosten würde. Dazu zählen unter anderem Quantower, Atas und sogar Bookmap. Zudem ist in den höheren Combines der Handel an der Eurex möglich, was ich noch bei keinem anderen Anbieter gesehen habe. Auch Overnight Trading ist gestattet, zumindest in den höheren Combines, womit das Angebot des Anbieters erstmals auch für Swing Trader interessant wird. Und nun aus unserer Sicht der Knüller an der Sache. Besteht ihr eure Prüfung, zahlt euch The Trading Pit die Gebühren für die Combine zurück, um somit ihren Anspruch zu unterstreichen, wirklich dauerhaft mit erfolgreichen Tradern zusammenarbeiten und diese fördern zu wollen. Über den fairen Scaling Plan und das Regelwerk ist es möglich, sein Konto sukzessive effektiv aufzubauen und wirklich gutes Geld damit zu verdienen. Ganz klar, The Trading Pit hat aus unserer Sicht ein großes Potenzial, richtet sich dabei jedoch klar an Trader, die wissen, was sie tun und nicht mit Combine-Prüfungen umherspielen wollen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, in Zukunft enger mit der Firma zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig bestmöglich zu fördern. Abschließend noch ein paar Worte. Fremdkapitalhandel ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Gerade durch die Regeln wird das Ganze oftmals als unfair betrachtet, was auch nicht ganz verkehrt ist. Man muss in den Combines schon ein extrem hohes Risiko fahren, um überhaupt die Chance zu haben, die hohen Ziele innerhalb eines Monats zu erreichen. Auf der anderen Seite ist dafür der Drawdown extrem niedrig angesetzt, sodass es kein Wunder ist, dass die meisten Trader hier scheitern. Mit konservativem, vernünftigem Risiko und Money Management hat man hier keine Chance. Auch erfahrene Trader, einschließlich mir selbst, kriegen nicht jede Combine ins Ziel. Umso wichtiger ist es, das Risiko-Management wieder auf die konventionellen Regeln umzustellen, sobald man fundet ist, sonst ist das Konto ruckzuck wieder weg. Hat man den Bogen aber erstmal raus, ist der Handel von Fremdkapital eine wunderbare Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln und sich vor allem stückweise sein eigenes Eigenkapitalkonto aufzubauen oder auf Wunsch den einen oder anderen schönen Urlaub von dem Geld im Jahr zu machen. Wir möchten uns nochmal bei euch für das viele Feedback bedanken. Ich freue mich, dass wir so eine tolle Community haben und uns als Trader gegenseitig unterstützen und austauschen können. Wenn ihr noch weitere Anbieter findet, die mit den Regularien der BaFin konform gehen, dann sind wir natürlich auch in Zukunft weiterhin sehr dankbar für jeden Tipp. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!